Hey Leute und willkommen zu einer Adventure Map, die ganze nennt sich Classic Jump bei EMPI oder sowas, keine Ahnung, haben wir eben schnell rausgesucht. Der Link steht auf jeden Fall in der Beschreibung, falls ihr sie selber zocken wollt. Und ja, wir stehen gerade noch draußen vor der Map, ähm, wir, weil ja auch jemand dabei ist, und zwar der Demo1998, a.k.a. Le Crafter HD, a.k.a. Patrö. Hallo, hallo. Hallo. Ja, okay, jetzt kannst du noch mal reden. Möchte ich auch auf deine Zuschauer oder so sagen? Ups, ich hab's für das gemacht. Ja, egal. Also, ja, dann begrüße ich euch auch mal, äh, zu diesem Together in der Adventure Map. Ja, okay, gut, ähm, wir sind hier irgendwie draußen gespawnt, aber hier ist ein Schild eingangs. Oh mein Gott, ich hab' ich mal was erzählen. Ja, also wir haben eben schon versucht, den aufzunehmen. Dieser Schalter! Pass auf, ob ich es falsch habe, ich will das erzählen. Also, pass auf, wir haben aufgenommen alles, ne? Wir sind hier reingang und hier zwei Eisenzüner. Und hier kann man, kann man nicht mehr raus. Und wir wollten, ähm, Feinshot für erstes Something-Name machen. Ey, da ist ein Schalter! Da klick ich mal, dann klick die Tür auf. Bumm! Mach dir die Map, fag dir schon die Map an, Alter. Okay, lass einfach mal lesen. Ja, ach so, übrigens, Texture Package, Stack 16x60. Lest das erste Schild, ich das zweite so. Diese Map wurde gebaut von EMP E-Craft. Sie wurde mehrfach getestet und ist machbar. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Map auf YouTube erscheint. Ja, wird sie ja auch. Fehler. Ja, tu mich. Jeder oder Bugs melden. Bitte melden. Alle Sprunge wurden getestet und sind machbar. Kein Schieden. Es darf Tag und Nacht gemacht werden für Checkpoints. Keine Blöcke abbauen oder hinbauen. Alle Schilder lesen und befolgen. Auf friedlich spielen. Das mach ich mal kurz. Fikulti. Das ist 0, ne? Ja. Fikulti. Fikulti. Ja. Betten. Was Betten sind als Checkpoint zu nutzen. Spaß haben, motherfuckers. Herz, 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 Herz. Und ohne Game Mode spielen. Ja, wir sind noch beim Game Mode 0, ist das jetzt auch verboten. Okay, dann, äh, Luca, du darfst den Schalter drücken. Warte, lass mal. Slash Time Set. Luca, wir brauchen noch ein Bett. Wieso? Warum wird es bei mir nicht Nacht? Er ist bei dir gerade Nacht? Es wird Nacht. Oh. Ja. Slash. Wofür brauchst du, wer brauchen wir denn noch ein Bett? Checkpoints. Es steht, glaube ich, immer nur ein Bett. Warum wird es nicht Nacht, Alter? Achso, ja, stimmt. Ja, wir sind total unvorbereitet, wie ihr seht. Aber, naja, ich probiere mir ein Bett und dann können wir schlafen gehen. Unvorbereitet macht mehr Spaß. Problem, mir, Schatzi. Oh. Schatzi. Okay, drückst du den Schalter, ich erlaube es dir. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. will ich haben einmal ich auf jeden Fall alles klar also so wie es aussieht ist eine Jump Run Map stand auch glaube ich in der Beschreibung, ich hab nicht genau gelesen, klar ich fang an und für alle die es noch nicht wissen ich bin der totale Jump Run Pro nicht auf jeden Fall nein, geiße ich hab den gleichen Fehler gemacht wie du ich wollte den, das Teil übersch... ha, hab ich noch, äh, der ist, ähm, diesen Blockteil da ey, ich könnte jetzt voll cheaten und den Block dahin setzen damit ich es schaffe, ne hör auf aber nein okay, also die ersten Versuche sind schon mal fehl, wir sind völlig unvorbereitet okay, ich bin gesprintet, das soll ich, das soll ich lassen also ich bin, ich bin echt grad nicht in Form und so bin ich eigentlich nicht der Jump Run scheiße, ich lebe mich auf, doch Spaß ey, guck, du wolltest mal mein geiles Optifine Cap sehen, hier ist mein geiles Optifine Cap du weißt, wer keins hat, dem kannst du mir mal eine neue Tastatur kaufen die leider, das hat nicht geklappt schiebt sich auf die Tastatur, schiebt sich auf die Tastatur du bist einfach... ey, oh Scheiße, ist zu gibst du, ich für... gibst einfach zum dafür, gibst einfach zu es bewegt deinen Arsch, los ach so, ja gut, ja genau, ja, los, du schaffst das ich bin stolz auf dich, ich bin... weiß, alter und die VP aus ist, aus gutem Grund so, wieso komm ich nicht da hoch ach so, hier ist Wasser gut ach so, ich hab mich schon erschrotten, hä? oh Gott, hier geht's ja schon los ey nee, warte auf mich, ich hab grad in Einstellung was ich ertrinke gleich so lange wie du noch da bist, trinke ich mal was, ne? alter, ich ertrinke! so es ist ja eher peaceful, holen daher oh Gott also ich geh jetzt erstmal hier runter und guck, ob hier irgendwas ist ohi 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 das ist aber schön, das mach ich aber für Thumbnail guck mal in meine Richtung so so dann machen wir einfach mal hier so Robots ey das passiert mir irgendwie jedes Mal beim Job, dass ich einfach zu weit laufe oder einfach gar nicht erst springe so völlig unvorbereitet und er... hast du das job run cut fast geschafft schon kann das sein ich habe locker ausgelassen deswegen will ich weiter das blöcke ausgelassen cheater ja ich weiß nicht irgendwie kann man hier blöcke überspringen ja das kommt davon scheiße ich glaube meine musik ist zu laut warum lässt du musik jetzt ich mache musik immer im hinterm nach wieso komme ich hier nicht weiter also merkt diese totalen pvp pvp ok gut ich habe gerade vergessen stoppuhr anzumachen also ich habe ja dann muss man ich schaffe diesen verkackten erste sprung nicht ohne witzen ich hoffe dass es warum nicht das ist für mein freund ich weiß jetzt das macht weil man wieso schaffte der sprung natürlich wird das machbar sein aber ich habe den ersten sprung nicht mal bemitleide mich ja ich habe den ersten sprung nicht also mein zuschauer mit dem teil spaß wieder weil das ist nämlich der erste sprung fehle das passiert mir die ganze zeit ey mann ich habe mir vorgenommen bei meinen videos nicht auszurasten oh mann ich habe nachher wieder einen kratzigen hals weil du als den lieben demo anschreist den lieben patrick gelbe wolle blaue wolle gelbe oh mann ey ich raste immer so aus wenn ich was schatten soll das ist das ist das wird spaßig ich wollte eigentlich gestern oder vorgestern aber da wollte ich noch in den games aufnehmen er hat die aufnahme ich glaube ich habe sie aufgenommen ich habe die fettere papierkorb aber ich werde sie bestimmt nicht hochladen wenn man sich stimme ich bin so ausgerastet ohne witz ne ah gott ich bin so richtig ausgezickt da er war in skype hat es mit gehört hat sich gemutet dabei ich bin so ausgerastet ey ohne witz ne ja den ersten sprung den packe ich manchmal ordentlich das liegt am texture pack also es liegt gar nicht an mir oder so es liegt am texture pack mann es macht mich aggressiv die sprüge sind so geil es macht mich richtig aggressiv wir sind bei der zweiten challenge oder sogar wann haben wir eigentlich angefangen ach so ja ich hab mir teilweise laufen wir nehmen genau acht minuten jetzt auf ich sag mal oh mann übertreib mal ich werde nicht aggressiv nein 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 kommt wieder hoch so ey dieser sprung da wirst du so dran verreckele bist du schlau bist du rank und schlank der ist doch gar machbar nirg held da wirst doch gar nicht machbar hieß doch gar nicht machbar du bist doch gar nicht machbar haa told bring mich zur weisكلut hier…. Ich sage mal Sag mal, du weißt, dass da oben ein Block ist, ne? Achso. Ey, Mann! Scheiße. Scheiße. Jesus, Jesus. Hilf uns. Ne, da hilft jetzt Jesus nicht. Luca. Guck mal hier. Du siehst da oben dieser Turm da, ne? Ja, da war ich eben auch. Pass auf, von da soll man auf dem gelben Block springen. Wie soll das gehen? Weiß ich auch nicht. Also, denke ich zu benutzen. Oder wir haben einfach übel viele Blöcke übersprungen, du Schlaumeier. Oh, go. Okay, die erste Folge wird bei mir auf jeden Fall heißen, gleich bei der zweiten, irgendeine zweite Challenge und Fail. Oder Jump Run Pros oder so. Normal, Ironie on, Junge. Badum. Die erste Folge ist in fünf Minuten rum. Och, nö. Alter. Aber wenn man hier auf den Block springt, dann... Ey, ich hab'n Cape, warum kann ich nicht fliegen? Ey, ne, es macht mich so richtig akk... Oh, oh, epic fail, epic fail. Epic fail, epic fail. Luca, wenn du hier auf dem Block stehst, ne? Ja. Da musst du hier rüber. Ja, hab' ich doch gesagt. Die ganze Zeit hab' ich das gesagt. Nein. Nein, ich bin daneben gesprungen. Du. Ja, ich auch. Hauge nichts. Naja, kann ja mal passieren und so, ne? Nein, es kann nicht passieren, es darf nicht passieren. Wenn ich verbiete, ist, dass es passiert. Ja, ja, verbiete mal was. Ich liebe das, ist... Die D-Craft 16x16 einfach, sieht so geil aus. So voll pixelig, ich liebe pixelige Package-Effekte. Nicht sprinten, F.T.W. Wiuu. Das ist zu fail. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Song Goku. Keine Ahnung, ich gucke Dragon Ball selbst nicht. Aber ich dachte, ich bin schlau. Oh mein Gott. Nun, wie lange nehmen wir auf? Okay. Ich hab' ja immer so mein Handy-Timer liegen. Hab' jetzt schon wieder nicht geschafft. Guck mal, wie weit ich bin. Hä, wo bist du denn? Guck mal, wie weit ich bin, hier. Ich seh' gar nichts. Ja, da musst du rauskommen. Guck mal, wie weit ich bin. Guck mal, wie weit ich bin schon. Nein! Guck mal, wie weit ich bin. Nein! Ja, siehst du, Leute, siehst du. Ohne Witz. Oh, Orgasmus, Orgasmus und so. Oh, ich bin... Ihr seht wirklich, ich hab' Run-Pro schlechthin bin. Trotzdem, mit Fails macht's mir Spaß. Oder mich eher so... Akkus-Siep und so. Was war'n das jetzt? Ich weiß es nicht. Wie leitert was? Er nimmt Anlauf und streckt die Leiter runter. Oh Mann! Oh Mann, ich will wieder gesund sein, ey. Ey, ohne Witz. Na, zwölf Minuten jetzt. Ich zeig dir jetzt alle Minute, wie lang wir aufnehmen. Los, die Channel schaffen wir. Ja, ich merk' und dann müssen wir erstmal Stopp machen und dann... ...wur ich kurz weg und dann können wir weiter aufnehmen. Oh, musst du kurz weg. Weil ich Hunger habe. Ups, schon wieder falsch gesprungen. Weil ich duschen gehen will. Neee. Neee. Oh Mann. Ich begeh' gleich Selbstmord, ey. Alles klar, mach das. Ich begeh' echt gleich Selbstmord, ich schwör's dir. Das ist echt cool. Ja, das wär' jetzt mein Plan gewesen. Scheiße, du hast ihn verraten. Ist es nicht schlauer von... Nein. Nein. Hör auf, Jo... Ey, ab Anfangs hat mich cheat'n. Das heißt, wir dürfen noch keine Blöcke... Ah, springen! Wolltest du schon wieder das F-Mor... Äh, äh... Das Farboard. Du lieber netter... Ähm, äh... Gelber Block. Spongebob! Patrick! Nein, ich komm' nicht auf den Block! Oh ey, Mann! Sind Pandas nicht eigentlich übergewichtig? Das wär' ich jetzt ne Ausrede. Guck mal, die Super Saiyajins, die könnten sich einfach, äh... Die könnten einfach ihre Super Saiyajin-Kraft nehmen, ne? Und fliegen, ey. Ey, ich bin ein Panda mit Cape und trotzdem schaff' ich's nicht, ey. Und ich bin ein Panda mit Cape, ey. Es hört's auf, über meinen Cape zu schwärmen, weil sonst... Ohne Scheiße, so sah Goku mit Cape, ist ja richtig geil aus. Der hat mir mal eins geholt. Na, du! Spongebob! Um Skills zu haben, brauch' ich kein Cape. Ich hab' mich befrittst du, das hab' auch mit Langeweile und zu viel Geld zu verdienen. Ich weiß nicht. Ich spring' ich von hier oder vom gelben Block? Ich weiß es nicht. Ich spring' von hier! Ich hab' keinen Plan, wo du bist, aber... Ich spring' von hier! Alles klar. Und seit dieser Block da, der... Ja, ich hab' es geschafft! Echt? Wo muss ich jetzt hin? Wenn der jetzt runterfällt, ne? Ohne Witz. Hallo. Nein, es leckt... Oh Gott, nee, doch nicht. Luca? Ha? Uhrzeit und so? Ja, eine Minute haben wir noch. Ich würd' sagen, wir beätzen gleich die Aufnahme, also den ersten Part und dann erstmal eine Aufnahme und dann, ja. Fick dich, ich will das schaffen! Ich, okay, äh... Skype-Anrufe, FDW und ich hab' mich immer noch mit mir beschäftigt! Ey, der Typ soll mal aufhören zu nerven, Mann! Was ist Till? Äh, äh... Ja, Till? Ja. Ja. Ja, wir kommen zu Robbers spielen. Oh, der soll mal nicht viel nerven, Mann! Wir sind beschäftigt! Wuhuuu! Wuhuuu! Okay, ja, kommen wir hier runter. Warte! Okay. Bin schon da. Also, okay, ja. Ähm. Ihr könnt jetzt hier ganze 30 Sekunden rumspringen und nichts tun. Hallo, Schell! Nein, wir machen jetzt Stimme. Nein, 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 okay. Gut, das war's vom ersten Part der Adventure Map. Classic Jump oder wie auch immer. Kein Fall, ich vergesse in der ganzen Zeit. Wir sehen uns am nächsten Mal und jo, ciao! Ciao!